Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde von Gartenschlau.com. In diesem Video geht es um den nächsten Teil in der Amaryllis-Serie. Wir verfolgen das das ganze Jahr, die Amaryllis-Entwicklung. Und zwar seht ihr jetzt die Pflanze, da habe ich jetzt schon den Blütentrieb damals entfernt. Bei dieser Pflanze hatte ich ja den Blütentrieb mit dem Samenstand bestehen lassen. Und wir können jetzt schon mal eins sehen, die Amaryllis, wo der Blütentrieb entfernt worden ist, hat extrem schönen Blattwuchs mittlerweile. Und die Blätter sind jetzt schon mindestens 40 bis 50 Zentimeter lang. Das heißt, dieser Amaryllis geht es wieder richtig gut. Also ohne Blüte verbraucht es jetzt nicht mehr diese Energie, wie man das jetzt bei der Blüten- und Samenentwicklung dann hat als Pflanze. Und darüber hinaus, die Zwiebel fühlt sich jetzt auf jeden Fall auch wieder fester an. Das heißt, die hat sich richtig gut entwickelt. Die andere hat sie auch richtig gut entwickelt, im Sinne von, dass sie zwar noch keine Blätter ausgebildet hat, aber die Samenstände sind jetzt so weit, dass Samen enthalten sind. Und ich ziehe jetzt hier einfach mal ein bisschen heraus. Ich habe bisher selber noch nicht viel mit Samen zu tun gehabt. Das sind auf jeden Fall beflügeltes Samen, wo sich dann in der Mitte das Samenkorn befindet. Ich komme jetzt einfach mal kurz hinter die Kamera und dann zeige ich euch, dass die Samen der Amaryllis, die Samen selbst, sind sehr, sehr glatt. Man sieht auch schon, die fliegen hier runter. Und es sind definitiv Flugsamen und was man eben auch sehen kann in der Mitte dieses Samens. Ich hoffe, man sieht das. Also hier sehen wir die Amaryllis-Samen. Ich muss schauen, dass ich im Bild... Ups, die sind echt, die sind super glitschig. So, hier können wir den Amaryllis-Samen sehen. Er ist schwarz. Hier ist der Kern in der Mitte. Amaryllis sind sehr... Wie soll man sagen? Fast antihaft beschichtet, weil sie rutschen in der Hand sehr, sehr leicht. Schon bei einer geringen Neigung rutschen die schon herunter. Und ja, das heißt, jetzt kann dann demnächst auf jeden Fall die Aussaat stattfinden. Es sind ja noch sehr, sehr viele Samen vorhanden. Die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt eine anders farbig blühende Sorte dabei herauskommt, ist relativ gering. Ich hatte ja nur rote Amaryllis. Und dahingehend werden wir diese Aussaat einfach mal mit diesen Samen machen. Und zum Thema Aussaat kommt auf jeden Fall auch ein Video von der Entwicklung her der Pflanzen. Ihr seht, ist alles richtig gemacht. Sobald ich die Samen hier abgeerntet habe, die Kapseln sind erst heute aufgeplatzt, schneide ich diesen Blütentrieb ab. Und dann wird sich auch bei dieser Pflanze das vegetative Wachstum aktivieren. Der Blütentrieb ist ja weg. Ihre Aufgabe zur Vermehrung ist somit erledigt und abgeschlossen. Und dann werden die Blätter wachsen können. Und dann, wie gesagt, geht es um das Thema Aussaat. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020